Wo der Prophet s.a.w. sagt zu den Zeichen von Yom Al-Qiyama Die Geschäfte und die Märkte, die kommen einander nah Und das ist eigentlich auch eine Sache, wo man sieht, dass der Prophet s.a.w. die Wahrheit gesprochen hat Heute ist die ganze Erde ein Markt geworden Du bist zu Hause, du machst Business von zu Hause aus, du kaufst und verkaufst Manche sind Millionäre, einfach von zu Hause aus Die ganze Erde ist ein Markt geworden Und das hat der Prophet s.a.w. wann gesagt, schon vor 1400 Jahren Das ist eine Prophezeiung, die zeigt die Wahrhaftigkeit des Prophet s.a.w. Dass er ein Prophet war Weil er hat alles Mögliche, was er vorausgesagt hat, ist passiert Genauso eingetroffen Und von den Zeichen von Yom Al-Qiyama Dass alles ein Markt wird, überall alles wird ein Markt Und die Märkte kommen einander dichter und überall wird gekauft und verkauft Und wir sehen, dass heutzutage sehr viel Und hier Untertitelung des ZDF, 2020